Hallo, Hi! Herzlich willkommen zu einer kleinen Folge. Ja, diesmal mache ich so einen kleinen Rückblick. Hi! Diesmal mache ich so einen kleinen Rückblick. Diesmal möchte ich meinen ersten Kanal angucken auf meinem iPhone. Das sind halt fünf Videos und ja, direkt mal mit dem, mit dem Megafil, den ich mit FIFA hatte. Und dieser Lache ist so schlimm. So. Ah, das war so schlimm, vor allem, weil das mein Torwart war, das mein Tor geschossen hat. Das gefällt mir. So, dann nochmal das Touchpoint-Squad, neue Rekord. Ja, da teste ich mal mein altes Glitch-Bike. Und ja, äh, Glitch-Teil. Und ja, wie ihr seht, man ist das hier richtig im Minus. Der, nein. Ich leide mir noch mal so ein bisschen hier, GTA Glitch, den nächsten Rassier aufrufen. Und dann selber leuten. Wie sie so. 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 Dann nochmal das hier. Das ist sogar ein Plus. Ja, das ist dann mal. So. 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 Dann verabschiede ich mich von euch und ciao.